So, wir kommen jetzt nach Hachsefeld rein, Landkreis Stade, die Schafrum hier. So, mal gucken. Wir fahren rechts ab, Hachsefeld, da ist die Hauhe. Geradeaus geht es nach Zeben. Biker sind willkommen hier. Ich fahre mal rechts ab, hier links, mit Hachsefeld. Heute ist der 23. Oktober 2012. Ne, Quatsch, der 20. erst, glaube ich auch 23. Na nett im Boatshop gibt es hier Hachsefeld. Mal sehen, was es hier an Auffälligkeiten so gibt. Bis jetzt noch nicht viel. Da sieht nicht groß. Rechts nach Zeben. Kommen wir da erstmal längs. Hachsefeld, Casino hat sie hier alles. Ist ja ziemlich groß hier. Waren wir nicht schon mal hier? Nee. Playpoint. Hachsefeld. Brillen, Seetest, alles da. Schön langsam. Da ist ein Kickmarkt. Ich glaube, ich war doch schon hier. Macht aber nichts. Gucken wir doch mal nach. Ob sich was verbessert hat. Den Hasefeld. Hier. Ist bei allen alles erstmal in Ordnung. Da lassen sich die Autos waschen. Das wärs dann auch schon aus Hasenfeld. Freutenschutz.